Wir haben auf dieser Umgebung verschiedene Unmanaged Solutions und auch einen Teil Managed Solutions, die von Microsoft selber, vom Publisher Microsoft Dynamics unter anderem erstellt wurden. Auch diese Solutions finden wir in einer Dataverse-Tabelle wieder. Wenn wir in der Suche Solutions eingeben, dann finden wir unter All die Tabelle Solutions. Und hier sehen wir die Solutions, die auf dieser Umgebung existieren. Wir können scheinbar nicht alle Solutions, die in dieser Tabelle sind, auf dieser Oberfläche hier sehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal SharePoint List Manager in den Solutions Table suche, dann sehen wir hier, ist diese Lösung mit der entsprechenden Version mit dem dazugehörigen Publisher als Lookup-Spalte aus der Tabelle Publisher.